So, moin liebe Studis! Heute ist unser Thema der vegane Januar und wir haben euch was tolles vorbereitet, überwiegend in grün. Wir machen eine tolle Gemüsepfanne in grün mit einer Erdlossoße. Guckt's euch an! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020